Wie der Checkpoint hier schon zu fahren? Oh, scheiße. Ach, da seid ihr noch. Ach, da seid ihr noch. Gibt's gleich noch auf die Löffel, wenn wir uns wiedersehen. Batman. Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Hallöchen, ihr Banausen da draußen und dabei ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Ben und Ed Blood Party mit dem lieben Arno zusammen, hallo? Moin. Mit dem Joker, hallo? Hallo. Und mit dem Walvovik, hallo. Servus und hallo. Der Banauser. Ähm, Chicken Survivor, genau, das war's nicht, oder? Wir haben die Dinge jetzt geschafft, die Laser. Ja. Joker zumindest. Vielleicht klingt nach Chicken Survivor, das klingt jetzt auch so viel fliegen müssen. Zehn Leben. Zehn. Neun Minuten. Das klingt irgendwie verkehrt. Einmal sterben pro Minute. Dann sagt er schon Lust, seh ich was. Vorsicht, falls noch was. Ach, hier bin ich. Oh, schön. Ich geh mal außen rum. Oh, Gott, okay. Nee, oder? Außen rum. Nee, nee, geht nicht. Ich fall mal. Hier, um die Mord. Oh, shit. Okay. Ich bin unten angekommen. Echt? Ich weiß nicht wie. Wie denn? Auah. Ich kann nicht dringen, wie das geht. Ab. Mein Bein ist zwar irgendwie komisch, aber ich lege es auf. Mein Bein ist ganz komisch. Oh, ich bin unten. Sehr schön. Ich hab's noch ein Bein verloren und zwei Arme, aber ist ja egal. Ja, ich bin auch unten. Die Beine hab ich noch. Oh, shit. Oh. Aber ich geh nicht ohne Waffe. Oh, Gott. Ach toll, ohne Arme kann ich ja keinen Chicken nehmen. Bring! Selber Gedanke, was? Ja, aber ich wollte dich doch durch den Checkpoint lassen, Arno. So nett war ich immerhin. Nein, oh shit. Äh. Oh, lebt noch. Cool. Ja. Du Arschgesicht. Da hat die Sattelgeblatt mein Hühnchen kaputt gemacht. Du glaubst nicht, ey. So, jetzt hin. Ich hab die Tür öffnen. Hau. Nein. Hä? Ach du blöde Sumpfkuh von Selgeblatt. Sumpfkuh. Nein. Nein, 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 nein. Hallo, Arno. Friede auf Erden sei mit uns. Friede. Oh, oh. Ist mir zu. Da ist er weg, Dano. Ist ja gemein. Ach du Scheiße. Ähm... Du 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 du... Äh... ... Noob? Doofa... ...Nach muss ich aber noch nicht... Nein! Oh, Lava... Lava ist heiß, Lava ist heiß. Lava ist heiß! Lava ist heiß! Erkenntnis des Jahrzehnts! Irgendwie müssen wir noch, dass diese 3 toten Köpfe, die da oben auf dem... Äh, uh... Oh, schade. Auf dem... Überhalb vom Tor ist, dass wir hier diese... Irgendwann mit dem Todkasten anstellen müssen. Kannst du mich in Ruhe? Hier muss irgendwo ein Knopf sein. Hä? What? I don't get it. Kann das sein, dass wir uns gegenseitig killen müssen? Wie trocken wie er das so sagt? Kann das sein, dass wir uns gegenseitig killen müssen? Oder dass Ena? Dass zumindest Ena weg muss? Dass zumindest Ena weg muss? Also ich bleib mal da oben stehen, während ihr euch das ausmacht. Weil sonst... Ich seh ja nix. Hm... Wer bleibt da oben stehen? Warte, in der Spritze ist aber viel drin. Burn, bin hause, burn! Ja, mich wundert da gerade, da sind drei Totenköcke und drei Türme hier halt. Aber... Moment mal, die sind gestangen, sind aber auch Totenköpfe dran. Was sagen denn die jetzt eigentlich auch? Also die jemanden? Den Kopf eventuell an, die Totenköpfe? Warte mal, warte mal, warte mal. Hier ist eine Totenkopf-Säule. Guck mal da irgendwie drauf, ist da oben drauf ein Knopf. Ja, da hab ich gerade probiert, also ich hab da nix. Aber wie soll man da raufkommen? Nur mit dem Kopf. Ja. Schon überall, mal gucken. Warte, ich schieß mal den Kopf. Na ja. Ich bin ja nett, dass du mich anspritzt hier, du Stück. Hätt ja sein können, dass das Egos gedrückt hat. Jocke, kann ich mich ja bei dir antocken? Ja. 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 Huah, er spielt Fußball. Äh! Nein! Hehehehe. Nein! Aua! Runter da! Aua! Mir hat jemand ne Spritze reingegangen. Ja, ich im Sprung. Hm, Mann, oh. Pff, okay, also keine Ahnung. Pff. So kann natürlich auch die Zeit mit einer Folge mal verstanden gehen. Die nächsten vier Minuten werden spannend. Ach, verdammt. Au! Du Sack! Wer war'n der Arsch gerade? Der hat mich runter geschubst. Wer war'n der Traitor? Wer war'n der Traitor? Wer war'n der Traitor? Aua! Du Arsch! Wer hat mir da so ne Spritze re verpasst? Hehehehe. Ich krieg vor'n sterben. Hier! Guckt mal da rüber! Da stirbt man nicht. Da beim Start. Na nicht, wenn du direkt in die Lava laufst, sondern da auf dem Fleck. Da, Anno, da rüber. Springen, genau. Aber das ist ja jetzt auf der Weg hier, oder? Ja, keine Ahnung. Das Einzige, was ich bisher so gefunden hab. Kommt man da drüben zu dieser anderen Insel drüber? Nee. Nee, ich mein, hier hinten, wo es so blau leuchtet. Da, wo der Randy gerade rumrennt, ist da irgendwas? Ich brenne, ey! Ich brenne, ich brenne, ich brenne! Es waren noch drei Leben. Ja. Was macht ihr denn da oben, ey? Haha, so ein Radlbamser. Hallo, da wollt ihr sich überflügeln hier, ich glaub da. Sehr merkwürdig, das Ganze. Ich denk mal, wir müssen uns gegenseitig killen hier. Das sieht stark nach ner Arena aus, oder so. Als würd die Tür da aufgehen, dann? Ja. Ja, das sieht so aus wie diese Türen, wenn wir uns gegenseitig killen mussten. Hm. Vergiss es, du Arsch. Was denn? Was? Ja komm komm komm. Sprit schnell, Alter. Ich zieh! Nein! Ich brenne! Nein! Oh! Ah! 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 Burn, baby! Ah! 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 Da 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 da! Ich muss sich auf Volks-Tanz hier! Sieht lustig aus! Ist schon die Zeit, okay? Killt's euch schneller! Haha! N-netter Versuch! Na! Nein, 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 nein. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, wir sollten uns vielleicht mal einnehmen. Ein Spacko weniger, so. Jetzt müsste... Ja, jetzt leuchtet's! Du Arschloch! Aber das werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Wie viel Leben habt ihr noch? Ehh... 6. Ja. Aua! Jetzt? Wo war der Ball, wo die erste Zeit? Da hab ich mich gerade mal so gefragt. Das ist ne... So ne richtige Versus-Map ist das. Okay. Okay, weil wir das gerafft haben, war so zu spät. Ja, dann war klar, dass du da gegenseitig killen musst. Sollen wir das nochmal machen, oder? Nee. Wir wissen eh, wie's geht. Wir haben's ja eigentlich fast geschafft. Und die Arena ist aber auch ungeil, wegen dem Spritzen nur. Löffel und so wären doch cool gewesen. Nur wegen dem Spritzen, ja, ja. That's what she said. Na eher so ne Kettensäge oder die Löffel ist nicht gut. Löffelchen, ja. Ja, die Löffelchen sind geil. Eieiei. Eieiei. Eronimo! Einmal durchrennen. Ja. Augen zu ruhig. Geht ganz gut. Oh! Nein! Oh! Oh, geschafft ey! Hey! Okay. Was kannst du hier hin? Oh, ist's nicht. Oh, shit! Das war zu weit. Nein, ficken! Immer zu kurz! Was? Nein! That's what she said! Hui! Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank! Anno, du Arsch! Upsi! Hey, lass mich jetzt ruhig! Aua! Hey! Ich schaff's nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Verlauter grünen Nebel! Hör's doch auf mit dem Scheiß! Mhhhhhh! Mhhhh! Mhhh! Mhh! 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 Alter, ihr seid aber wagemutig hier, ey! Wer nicht mag, der nicht kämpft! Oh! Ach, die Dosen, die geben einem Ausdauer wieder voll! Echt? Ja! Wenn du dagegen läufst, hast du mehr, hast du die Ausdauer wieder voll! Weck da! Nein! Scheiße, es wird alles umsonst gewesen! Ich krieg die Mauten! Ey! Ja, wenn man auf ne Runde gekickt hat, kurz vorm Ziel! Ja, das sagt, das sagt derjenige, der uns vorher angespritzt hat! Ja, aber nach nem Checkpoint! Jeeee! Oh, ich bin zu blöd jetzt gerade! Oh! Nein! Oh, zu unfähig! Ichiii-ich Oh, Gott! Jonnyㄦ果0 Dr.: OH! Ich bin doch zu kack zu blöd, gerade! O autant gemacht, Rundlüspel! Was macht der denn noch... Ich krieg deinem herzen fuck dir, ey! Äh! Der krieg den ersten Sprung nicht hin! Ehhh! Den zweiten nicht? oh, Gott'saant. Batman! Nein, ich bin nicht da! Ich bin in den Shuttle! Nein! Nicht direkt vor dem Checkpoint! Wo steh ich denn hier? Ja, das... Du kannst da auch respawnen. Alter, wie viel kommen denn da noch? Wie der Checkpoint hier schon zu klar? Oh, scheiße! Nichts wie weg, oh Gott! Ja. Aua! Ist es out oder hast du es geschafft, Bonose? Ich hab's gehört. Großartig! Das wäre ja so ein großer Blutsprisser auf dem Bildschirm, wo man nichts mehr sehen kann. Kann nicht sehen! Mein Auge fragt! Oh, das wird schwer! Großhirn an Auge, großhirn an Auge! Ja, du bist auch schon fast davor. Muss... Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Boah, ich bin unfähig! Ich bin so unfähig! Unfähig, hab ich das schon mal gesagt? Ich bin so aufmerksam, ich bin so aufmerksam! Ich bin so aufmerksam! Und dann ist das noch zu glaubst! Ich bin so aufmerksam! Okay, wir haben gelernt, dass man da auch Vollgas geben muss. Jetzt wird ich gespannt. Oh mein Gott! Ja. Halt für einen schönen Matchpumpe da. Du musst genau die Mitte treffen. Wo ist das? Ist ja easy. Wenn man sich fragt, hört das irgendwann mal auf. Der Joker feiert mit mit mir. Ich schaff's doch einfach. Wie da das Blut liegt. Nein, ernsthaft? Wirst du mich verarschen? Hat er nicht gezählt? Doch, doch, doch. Das zählt. Man platzt, also zerflatscht automatisch. Okay, das ist mein letztes Leben. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen kann. Das war echt super. Das ist eigentlich jetzt relativ einfach. Weil nur noch diese Hämmer in dieser Geschwindigkeit kommen. Okay. Das war schon mal fast ein Fail. Nicht rechts rum. Wäre aber ne Abkürzung. Ey! Der Arschgesicht. Das Fuß war nicht. Der Fuß war nicht. Der Fuß war nicht. Der Fuß war nicht. Ja, weil... Oh, easy! Oh. Oh, mit deinem Leben. Ich hab's nicht gerafft. 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 Blood Explosion. Sechst, letzte. Oh Gott. Oh, mei. Wir werden alle sterben. Das sieht ja sehr lustig aus. Bomben ohne Ende. Ah, nee. Ist klar. Sieht aus wie so ne Half-Pipe. Ich geh zurück. Macht's gut. Ich bleib hinten stehen. Ich lauf gerne durch die ganzen Bomben. Ist wirklich so wie ne Art Half-Pipe, okay? Habt ihr jetzt auch so ne Musik? Ich hab die ganze Zeit Musik im Spiel, aber das... Nein! Ist das gemein. In den 10 Level gab's keine Falltür mehr. Und alle drei hintereinander. Nein, nein. Bitte lass es. Das ist hier kein Versus. Nein! Ich will jetzt mal ne Runde löffeln, glaub ich. Oh Gott. Jetzt ne Runde löffeln. Wo ist das schwul hier? Wo ist das schwul hier? Go Kopf, go Kopf, go Kopf, go Kopf, go Kopf. Leck, leck, leck. Aua, leck, 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 leck. Okay, ich muss mich wieder töten, oder was? Geht's jetzt wieder? Nein! Nö. Geht's? Okay. Nö. Ich töte mich nochmal. Hm. Geht's bei euch? Ganz kurz hat's mal wieder weiter geruckelt. Mir geht's. Vielleicht sagt der Spieler, seid's zu gut. Müsst auf mich warten. Da bin ich! Ich bin an euch vorbei. Ich hab ein Standbild im Respawn. Ich hing in dieser Glasröre fest. Geht's ihm jetzt? Nö. Ich seh grad noch, dass Walvo und Banause hinter mir sind. Ah, jetzt! Echt? Nö, ich hab nur noch Standbild. Aber es bewegt sich sehr merken. Ah, es bewegt sich, was? Warte, Banause? Ja. Also ich kann so nix machen. Also bei mir bewegt sich, steht alles... Oh, jetzt hat's... Mein Spiel hat's voll gecrashed. Okay. Okay. Oh. Oh, jetzt geht's. Machen wir die nächsten Folge, die Map. Ja. Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Guckt mal den anderen vorbei. Links alle in den Videobeschreibungen. Und bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. Tschüss. Und wir hier noch die Server sehen, wie Nudelholz, Schlabbalabolle, Bummskratze. Oder Abohren. Wummmskratze und Schwinggu. Das ist gut. Wummmskratze und Schwinggu. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut.